Hier? Wenn nicht? Egal. Wir gehen weiter. Tür öffnen. Ach ja... Das stimmt, das war ja auch noch was. Ja, natürlich! Wo sehen Sie Nikolai? Oh Gott. Rene! Rene! Mein Klient hat mir deinen Kanal. Das stimmt. Ich habe die Daten der Kampf für die Operation Watchdog. Du hast mich am meisten verwendet. Natürlich, mein Klient möchte diese Informationen. Sie werden sie bezahlen. Und du, oder sie können mich verletzt. рene! watch! Oh! Ich sterbe gleich! Durch deine blöden Granaten. Genau, im Sprung beide Kräuter gefressen. Oh, geil! Ah, ich kann hier nachlehen. Ah, hier gibts doch mein Gewehr, ne? Alter! Alter, ich habe mich gerade geheilt. Darf ich wieder heilen gehen? Und wieder bei... Nee, einmal, ne? Nee, doch beide. Okay. Lauf, 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 lauf. Da oben, bist du? So. Komm. Ich habe dich gleich. Kleine, miese Ratte. Wo ist er? Da. Das war perfekt. Ja, warum er ihn da geworfen hat? Oder hat er sich... ...selbst verletzt? Ach nein. Das hat er, glaube ich, extra gemacht, weil jetzt... ...die scheiß Zombies auf uns zukommen. Keine Ahnung, wo die herkommen. Aber die kommen jetzt auf uns zu. Ja, na klar. Ii. Rat nach. Jetzt kriegst du erstmal... ...Schnitze... ...vom Zombie. Sag mal. Habt ihr es heilig? Ja. Danke. Oh, danke für die Munition. Oh, Granate schon wieder. Okay. Er ist wieder da. Und Granate. Und ich sterbe. Ich muss aufpassen. Ist hier nicht hier meine Waffe? Hallo, ich will meine Waffe haben. Oh. Die kann er mich aber nicht kriegen. Ähm. Kann ich hier reinwerfen? Ich glaube, weniger, ne? Vielleicht doch. Jawohl. Ich werfe jetzt einfach mal was rein. Hier. Alter. Der trifft ja auch jedes Mal, ne? Dieser Bastard. Hier, kriegst du noch eine Granate. Der Typ ist tot. Und wieder Zombies. Ich hab keine einzige Heilung. Das ist es nämlich. Ich sterbe wohl. Das ist ja auch nie genug Heilung da ist. Ich hätte mal Börter mitnehmen sollen. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, sterbe ich doch. So. So. Okay. Äh, Bombe, Bombe, Lenn. Ich muss rennen. Gegen Bombe und hinter, hinter den Schutz finden. Äh, Granate. 5 Grenade Granate Granate Und bin tot Ja Ich wusste es Oh, du mit deiner scheiß Granate Du mit deiner verfickten Granate Wo bist du? Ja, natürlich Ich bin noch weggelaufen Oder sowas Ich lauf durch Ich lauf durch Was haben wir denn hier? Das ist doch ein Scharfschutz-Geswehr, ne? Eigentlich meine Waffe Die ich mag Wo ist er denn? Auf der anderen Seite Wo war die denn? Ich hab die gar nie gesehen So Komm her, du Quaster Granate Ja, dann lauf So, eine meiner Lieblingswaffen Und Granate Was halt helft Der hält auch viel aus, finde ich Ah, der ist noch da drüben Ja, ja Irgendwann wieder Granaten Hat er das mal daneben gebrochen Er läuft auf der anderen Seite Puh, Konzentration Ganz viele Granaten Ja, ja, komm Das könnt ihr jetzt machen Ich kümmere mich um ihn Ja, hier Ich kümmere mich Um die da hinten So Okay Dann tun wir das halt so Schlitz euch alle auf Das war jetzt ein bisschen Doof gelaufen So Das benutzen wir Wo ist er denn? Da Ah, jetzt läuft er auf der anderen Seite hin Weiß er Und Granate So Ach, der trifft mich Hart So, aber kann ich ihn nochmal angreifen? Hey Warte, warte Okay Dann halt nicht Der Kampf kann ein bisschen dauern So Wo ist er denn da? So Trämm ich in Boah Okay Wo ist er? Auf der anderen Seite Ich hab hier von hier aus Einen gute Ihr macht mir alles kaputt? Nee Ganz sicher nicht So Money, money, money Splittergranaten voll Kommt Wo kommt ihr denn her? Leichte Beute Das soll nur du Wo bist du? Trifft dich trotzdem nur Kleiner Bastard Okay Tja War wohl nix Okay Der geht auf der anderen Seite War da hinten Kommt her Granate So Komm her Kleiner Wo ist er? Scheißer Wo bist du? Okay Du hast nochmal Glück gehabt Wow Granate Und laufen Ich muss hier immer drauf achten Schieß dich von mir aus Mehrfach Kaputt Ich weiß ja Guck mal Ich bin hier so schon Mich am konzentrieren Dass ich nicht mehr Sprechen kann Nikolai ist nicht Priorität Dissengage und Proceed Zu der Powerplant Immediately Wir müssen Deaktivieren Die Powergrid Oh Okay Dann machen wir Das doch Wir haben Den Kampf Überstanden Schon wieder Mondenschein Sonate Bäh Okay Okay Mondenschein Sonate Kleptilengewehr Oh ja Aber ich Find das Gewehr ist am besten Kommt her Oh Da war Gerade Was hier Mal Da war Schon Wieder Was Okay Bin Schlecht Im Zielen Kann sein Hallo Frau Blitzen wir Dich mal Auf Hier Hinter Der Tür Okay Da haben wir Den Aber Aber Ich Seht ihr Ich Achte kaum Noch Auf Die Ganzen Kameras Aber Ist mir Eigentlich Auch Egal Wo Die Alle sind vielleicht spielt eigentlich jetzt auch nochmal wieder durch haben aber die die ich finde nehme ich natürlich mit wie gesagt ich finde nicht alle hier in diesem gebiet in dieser mission gibt es 20 aber ich finde immer nur die 10 über 11 leider schon wieder ein schneller katz es ist wieder out of range aufgekommen ich hasse das wie die pest ich weiß nicht warum das immer passiert aber das liegt einer tv-karte so passt ja nichts großartiges das ist es ja aber aber so so okay das war daneben muss hier besser zielen ungefähr so ich habe auch keine ahnung wo die ganzen kameras sind versteck dich mal bitte wieso ich habe dich voll getroffen jetzt aber ich brauche mehr zeit zum zielen das ist unglaublich so ein ego schutter ich wollte mich mal was ist denn da los grenade 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 was macht der denn da hinten wieso ist der tot komm komm wieder so ich habe kaum munition noch 10 schuss das ist ziemlich wundig die sterben auch nicht durch die sterben auch nicht durch fast mein gott stirb doch einfach mal so mein gott nehme ich mal bitte mal die richtige waffe und ich will ihn wieder beleben so jetzt ähm haben wir so ein munitionsteil gehabt am anfang ne ja da vorne sehr schön so ok weiter nicht zurück könnt ruhig da vorne bleiben toll ich blute dir so aber dank für das kraut alles in ordnung hier gehts wieder fresh repting gewehr ne das ist nicht wieso hab ich egal komm lassen wir das ich weiß nicht warum ich schon wieder eine andere waffe habe aber soll mir egal sein ich nehme diese medizin so medizin alle geheilt sehr schön passt doch alles das ist in den generator außer betrieb ok wieso nicht im betrieb ich muss doch den strom noch wieder herstellen ok ich mach die regeln nicht ach das ist das wir müssen die emp jetzt ansetzen ich bin das das wird wird ich wird wir 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 wir